Hi, ich bin Jule und ich studiere im vierten Semester im Bachelor of Law an der Universität St. Gallen. Das Studium hier ist sehr vielseitig. In der Law School hat man sehr engen Kontakt zu den Dozierenden und Studierenden. Man kann sich selber seine Schwerpunkte aussuchen, so zum Beispiel im Prozessrecht oder im Strafrecht. Hier in der HSG kann man trotz den Vertiefungen, die man im Recht trifft, noch einen allgemeinen Überblick bekommen und lernt die Grundlagen des Rechts in allen verschiedenen Bereichen kennen. Die im Assessment erlernten wirtschaftlichen Grundlagen kann man auch weiter im Rechtsstudium vertiefen und im Kontextstudium dort auch Fächer wählen. Man ist somit frei, ob man wirklich reines Recht studiert oder sich auch in den anderen Bereichen weiterbildet. Neben dem reinen Studium kann man sich auch noch aktiv in den Vereinen engagieren. Dort zum Beispiel in der Studentenschaft oder im ELSA, der European Law Students Association. Es gibt ein sehr großes Netzwerk und eine sehr vielfältige Auswahl. Da ist für jeden etwas dabei. Da ist für jeden etwas dabei. Da ist für jeden etwas Africa第一. Der Arbeitsmarktkrankheit